Was?! Oh mein Gott! Wie geil! 9 Level. Oh mein Gott. Schärfe 5 Verbrennung 2 Rückstor. So, ich bin wieder da und ich denke ich werde heute einmal ein bisschen auf Leder suchen gehen. Dafür nehme ich den Kompass mit und renne einfach los. Warte, hier. Ich habe gerade schon rennen geschaut. Also, einfach kurz mit Brot aufrühren und los geht's. Die Frage ist jetzt nur in welche Richtung. Ich denke in... Hoppla. Ich denke in die hier. So, nee, ich lasse es besser auf. Heini. Ich denke, es ist richtig zu sein. Sie haben aber auch ein paar Euro wie Schaaf. Ich denke in die Richtung. Ich denke in die Richtung. Also, ich denke in der Richtung. So, ich denke, es ist ein Typ. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube, in dieser Richtung ist der Wald besag. Kühe geil! Die Musik gleich wieder leiser stellen. Die Musik gleich wieder leiser stellen. Die Musik gleich wieder leiser stellen. Krühe. 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 Krühe geben Lela. Wat Lava ist für ein Scheiss. Das sollte übrigens Krühe geben. Leder heisst. Krühe. 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 Oh 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 Was gerade passiert hier gerade Kurz schnell laden Jetzt funktioniert Jetzt Nein Nein Ach komm jetzt brauche ich nun wirklich nicht Ich denke ich fülle mal das Inventar mit irgendwas So dann bekomme ich keinen Scheiss rein Nein 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 Ein Bett hätte ich auch mitnehmen sollen Verdammt Oh Leder Leder Eigentlich sollte ich die Kühe jetzt nicht umbringen Äh Die Kühe Die wäre jetzt nicht umbringen Äh Die könnte man so Die könnte man so ein Eissalz Äh so ein Eissalz genau Die könnte man jetzt Ach verdammt Die könnte man jetzt Zähmen Ich habe ja einen Sattel zu halten Verdammte Scheisse Ach komm Pferde suchen kann ich auch ein anderes Mann Ich meine die sollen die nicht So sei Ihr überlebt das schon ne Droppen Die hier auch ja Das ist eigentlich logisch Jedes Pferd tut Äh Also jede Art Das ist eigentlich Ich habe ja Die 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 Oh, 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 oh. Noch mehr Kühe, als ob der Kuhluxus ist. Komm, ich geh mal weiter. Zuckerrohr habe ich jetzt bei Weiten genug. Okay. Soak. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, komm, das reicht jetzt aber. Entschuldigung. Noch mehr Rosen. Vielen Dank. Okay. 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 Jetzt bin ich schon wieder hier, oah alles klar, weil apropos wegen den Fäden, Pfeile Jetzt bin ich auf den Fäden. Oh, nochmal Krill, nice, weil ich brauche Zim, ist da aber auch ein, lol, der Weg hat ganz voll ausgesehen wie ein, nochmal, ich brauche schlussendlich auch voll viele, ich meine genug Bücherregale dann, ähm, auch noch genug Bücher selber, jetzt, äh, warte, davor habe ich sie gesehen, ich bin ich weiß, jep, hier sind sie 1. 1. 2. 2. 4. 5. 15. Ich hole mir die jetzt einfach mal mit der Schaufel in die Hühne. Oh, das ist jetzt ein Respawn, das habe ich zumindest. Jetzt ist die Frage, was kommt? Das ist schwer, ne Spass. Das schmeiß ich weg. Das ist dieu, das ist dieu, das ist dieu. Da habe ich noch genug. Das schmeiß ich weg. 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 Die Feder nehme ich mal raus. 49 Fäden, 41 Flint. Okay Und crafte ich mir jetzt erst mal Ne, schon wieder falsch rum Pfeile, 3 Stacks, das sollte reichen für den Winterdach Also Einhalten Stack behalte ich mal Und das Leder, das Leder, das Leder, das Leder, das mache ich den besten in Gleif To Beuger Wäre und Cutler Dann die Bure, am besten nicht leicht, Bure egal 15 sollten glaube ich reichen. Dann habe ich jetzt noch 29 Bücher. Das reicht eine Weile. Also jetzt das Obsidian. 2 Diamanten. 2 habe ich gesagt. 4 Imperia. Das war erstens Schwert, zweitens Saubertisch und jetzt muss ich mir hier ein... Alles klar, hier kommt gleich ein Ding hervor. So, ähm, was mache ich denn am besten? Hier. Ach ja, warum nicht? Nein, jetzt ist der Hund hier hinten. Wieder raus. So. Komm, ich schieb dich einfach mal unter die Treppe hier. Nein. Nein, 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 nein. Komm, 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 komm. Komm nach vorne, Hundi. Komm. Komm, 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 komm. Kommt er? Ja, er kommt nice. Jetzt wieder hoch. Komm wieder hoch. Äh, und wozu lösst er jetzt? Hä? Hä? In der Kiste. In der Kiste. Alles klar. Nein, nein, nein. So. Schauen wir runter da. So. Okay, das ist gut so. Okay, das ist gut so. Also dann kommt... Mit der Kiste. ύ внешne. Unbe亲! Unbe亲! Deine Nah, das ist gut von aquí. All Reformen. Im repent. Erf 3. Ste passe! EinmerProf. Johnė! Au rewind! Wenn ich den Zaubertisch hier hin mache, dann muss ich die Büchergale hier hin platzieren. Ok. Ok. Ich habe ihn nicht verletzt. So, Entschuldigung. So, Entschuldigung. Und hat's aufgehört? Ja, es hat aufgehört. Nice. Kurz den Weg reparieren. So. So. Die restlichen platziere ich mal, wenn ich noch Bücher übrig habe. So viel ich weiss, erreicht das jetzt für Level 3. Simon wird's gleich sehen. Ach verdammt, die hier. So kommen wir gar nicht hier hin. So. 5, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sollten es noch sein. Ok. Jetzt. Kann ich Level 30? Ja, ich kann Level 30. Nice. Also. Dann heisst es jetzt von ab in den Meter und fangen. Wenn ich gerade schon so schön Scherfe 4 auf das Schwert bekomme. Okay. Also. Teori. Was ist das? Nein, ja. Teori. Dann. Erde. Dann. Dann. Bücher. Sand. Äh. Sand. Haben wir gar keine Kriste für Sand? Nice. Dann pack ich Sand auf hier rein. Dann. Kohlstall. Dann. 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 Dann pack ich Zidiaan. Den kompos nehme ich mal mit. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher ob der Agflex z Fighter ist. Dann. Dann. Die Pfeile travre ich noch. Oh meine Gott. 4 Stacks Pfeile. Äh 3 Stacks Pfeile? Das ist doch geil. Mhmm. Hani. Halt. Oh nein. einen Kessel nehme ich mit und einen zweiten Wassereimer also wenn ich schon eine Blazerot bekomme dann wäre das richtig geil so Ich habe einen Biss, einen netherrack, damit ich mich auch von kann, so So, dann bis zum Schauschen, kann ich auch schon mal mit mir Es ist nicht so gut Es ist nicht so gut Das war's für heute. Ich wollte gerade sagen, warum kommt keine Musik mehr? Oh mein Gott! Boah! Okay! Okay. und Ghast LOL Wo ist jetzt der Gast hin? Ah, das ist weg. Oh, ich habe ihn nicht mehr noch. Hä, was zum Teufel ist der hin? Also hier ist der andere gestorben. Oh. 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Also relativ schnell natürlich Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube ich war schon wieder etwas zu nah am Mikrofon, kann es nicht gerade sagen Er kann es nicht genau sagen, aber es sah gerade so, vielleicht bin ich jetzt zu leise Untertitelung des ZDF, 2020 So, 30 Level Dann verschwinde ich mal wieder zurück Oh verdammt Soll ich das wagen? Ich denke ich wage es Jetzt bloß nicht die Shift-Taste loslassen Oh mein Gott, ich habe es geschafft Sollte Sollte Ok, tschüss, Schneider. Enchantment Table, ich komme gleich bei Musik zum Bisschen zu laut. So, jetzt sind wir hier. Metherrack kommt hier. Und Quartz. Ah, so jetzt. Halt, nein Lapis, noch vergessen. Schärfe 4, Rückstoß 2, alles lang. Also jetzt ist die Frage, was bekomme ich auf einem Bogen? Stärke 3, das wäre nice. Aber nicht richtig nice. Also, schaffte ich mal noch ein Diamantschwert. Rückstoß 2, nein danke. Also, nein halte ich mich. Ich mache ja sowieso komplette Diamantrüstung. So. Brust, Helm, Schuhe, Hose. Also, was bekomme ich auf einem Brustschutz 3? Explosionsschutz, Explosionsschutz, Halbarkeit. Ganz ein Rätig, Schutz 3. Ich denke, ich war mal 4. Den Bogen. Ja, ganz identisch den Bogen. Ich denke, ich werde mich immer noch mal auf. Ich denke, wenn ich mich nicht mache, Ich bin nichts! Ich bin nicht sicher, es würde mich nicht k Slidejen, weil es jetzt einmal in der Zeit nach oben ist. Oh nein. Ich bin ein Rätig. Aber ich muss mich nicht krä�chen. Ich bin ein Jäger, aber es ist auch sehr, richtig. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also, ja. Relativ, fast schon. Ähm, nein, danke. Auch nein, danke. So, so checkt ihr das nicht, dass das von mir ist, oder? Gut, ihr seid ja nicht gestohlen. So, ich breche mich da mal hoch. Gefährliche Sachen. Oh nein, ich habe gesagt, ich habe bis Level 1 und 3. Oh, ich habe gesagt, bis Level 3 und 3. Oh, ich habe mich mal hier. Was ich... Waaaah Okay. ich habe damit gerechnet aber ich habe nicht gedacht dass das passiert ich habe nicht gedacht dass ich es nicht so gut Du verschwindest jetzt mal schön in der Lava, ich baue mir hier mal einen Weg rüber, jetzt kommt ein Gast und ich höre ihn nicht und somit bin ich Level 33. Ich hoffe jetzt das funktioniert, damit ich dann zweimal Level 30 versaugen kann. Ich hoffe jetzt, ich hoffe jetzt. Ich hoffe jetzt, ich hoffe jetzt. So. Also. So. Bogenstärke 3, das bekomme ich jetzt auf Schwert, Halbbarkeit. Toll. Hier. Schutz 3. Hier. Halbbarkeit 3. Hier. Halbbarkeit 3. Schutz 3. Ich denke ich gehe auch Schutz. Schutz 3 Zonen 2. Nice. Nochmal Schärfe 4. Aber immer doch. Gleich nochmal Farming geben. Und dann auch noch Halbbarkeit, das wäre nice. Ich denke ich gehe auch kurz. So. 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 Blah noch anderthalb Level ein Ghast, ein Ghast also was hat ein Hühnchen hier verloren LOL hier liegt Glowstone hier liegt Glowstone War mochen Jetzt ist es gar nicht ein Luchttrad. wenn du das falsch verwandert... aber jetzt Okay. Was? Oh mein Gott! Wie geil! Und wie viel kostet mich das jetzt? 17 Level 9 Level Oh mein Gott Schärfe 5 Verbrennung 2 Rückstamm Und das Schwert brauche ich mich glaube ich nicht mehr zu können Haltbarkeit ergreifen Das packe ich jetzt erstmal hier rein So Bücher mitnehmen Die Gastrainer kommt zum Wertvollen Hier kommt noch dort rein Zum anderen kommt Glowstone So Und ich habe immer noch 18 Level Also Schutz 2 könnte ich noch da Ach weiss was Stärke Wasser Wasser Ah viel teilt Weisst du was Ja Kann ich mal Haltbarkeit bekommen bitte Verdammt Verdammt Haltbarkeit Haltbarkeit Haltbarkeit? Haltbarkeit? Haltbarkeit Haltbarkeit? Haltbarkeit? Haltbarkeit 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 2 Level Und dann hole ich mir noch die restlichen Level So Also 4 ok so jetzt schau ich noch was ich auch Schwer bekommen verdammt und die Haltbarkeit HALTBARKEI geil also 3 Level 18 Level Rückstoß, Verbindung, Schärfe Rückstoß, Verbindung, Schärfe, Haltbarkeit und was ist denn wenn ich jetzt noch ein zweites HALTBARKEI mache verdammt, nur Schärfe und jetzt doppelt verdammt Wasseraffinität kann man auf die HALTBARKEI kann man Zero 3 Level Das heisst, ich hole mir jetzt noch 3 Level Und zwar doch Monsties Ich habe schon wieder so verdammt leise geredet Ich glaube, dass ich liegt daran, dass es halb elf ist Nein, ich weiß nicht, was ich jetzt mache Monsties wollen hier keine Monsties machen Hallo, Monster, hier bin ich Da, jetzt Da ist ein Skelett Ein Level Da Da ist es 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 Was für ein Geil Schwier Also Ich denke, das war es dann mit dieser Folge Bis zum nächsten Mal Tschüss Da ist es 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 Ich bin Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020